Warum ist die Freiheit so wichtig? Weil sie Leben bedeutet. Und wer die Freiheit hinter der Sicherheit versteckt, der wird sie anderswo finden. Im Konsum, im Casino, im Internet, überall dort, wo sie keiner mag und keiner braucht. Also bleiben Sie frei, auch wenn sich das unsicher anfühlt. Musik Musik Musik